So Freunde, weiter geht's mit der Hauptmission. Alex, was hast du denn? Der war Freibreiter. Oh, nein. Ah. They remember what I did. Never skip like they. Revenge zombies aren't a thing. So why don't they leave me alone? I don't know. Maybe they just didn't like Bud? Okay. Look, if I find them and give them peace, you guys should be okay, right? Yeah. We always used to hang out at the gym or the lot behind Lenny's. You could look there. Don't try to talk me out of it or anything. Well, if they're out there anyway. But yeah, be careful. They're both really built. Up top anyhow. Great. You're gonna owe me for this. I wonder if Nick got out. Friend of yours? May as well be with how often I topped up board wax. Ah, okay. So what's heist? Ah. Joe's rentals. Bring Dylan and Moose to the road. They're probably... ... ... ... Oh, what's heist? Hey Kirby! Where are ya? Kenuch! I'm just helping some guys out. Oh, shit! Oh, okay. I.. I know it can be easy out there. What can I say? I like to be liked? I'll be back on track soon. Well for God's sake be careful! We need you. Oh, da haben wir einen großen Hammer. Da haben wir die Shotgun. Die haben mir jetzt einiges verkauft. Aber die guten Sachen waren es kalten. Lol, alter, okay. Die laufen mir doch nicht ganz hinten her ein. Na, wenn es dann leicht, dass ich blockst. Dann kriegt der halt richtig auf die Schnauze. Ach, der hält so ein Auge, alter. Hup, und hin, die laufen mit dir. Ach, Mann. Alles klar, das heißt, die Typen halten sich irgendwo hier auf. Ich suche das Fitnessstudio, was? Woa, Moose und Dillon könnte eine Handvoll sein. Ich brauche nicht so schrecklich. Ach. Weil wenn er ihm das Thron so stark von unten rein rammt, ne? Dann müsste er ja eigentlich das Kopf, also der Kopf wegfallen. Ich denke, sie alle um, okay. Ich denke, sie alle um, okay. Hm. Okay, so. Okay. Now to check inside. Ah. Gott, das ist. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Patten. Oh. Hey. 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 Um. Believe es oder nicht, du wirst das sehen. Oh, ich dachte, dass ich nie gesehen habe. Oh, Mann. Oh, ja. Oh, ja. Du kennst ihn? Ich glaube, nein. Given. Ihn. What are you doing to? .... He wasn't human anymore. Oh! Ah! Ah! Ah, ah! Ah, ah! Huh? Yeah, yeah. Behold! Excalibur! Ruff? Okay Patton, you know what? I have another monster to track down, so I'm just gonna... No, no, wait, wait! It's just like in the movies! What? What the fuck are they? I know, right? It's insane! All this stuff, it does things. Well, I have got to give me some of this Patton. Yeah. Boom. Well, I got to get back. Down below. Yeah, of course. Hey, thanks for the... Thanks for this Patton. I'll keep trying stuff out. Yeah. Come on. Well... If you want to. Uh, yeah. If I can. Have I seen? Just when you think your day can't get any more weird. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Autofurge... Problems... Where are you from? I'm gonna run away from the dive. Okay. Are you like this? soll ich jetzt verstimmeln oder verfolge der ist weglaufen oder was gar kein problem 20 gp ja kann da nichts die werden immer weiterglauben alter ist hier burg ok wir schauen uns jetzt mal hier oben der ist echt weit gekommen er lässt sich jetzt absolut keine chance das Ding kann es deinem auch scheißen wuuh, war cool jetzt hier ist ein fleisch der wird es golfschläger also proteinriegel dylan dylan wo bist du also was detaillend auf jeden fall nicht das ist das es gruselig ist man 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 ja das ist das ist nix größer leg woanders der kollege ich habe jetzt überall das gas abgedreht, aber ich weiß jetzt nicht wie ich da oben rauskomme vielleicht gibt es einen hintereingang ich habe jetzt die 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 Und ich fragte die Permanente Haare. Was? Ich fragte die Permanente Haare. Und schau mal an das. Schau mal an meine Routes. Die Blonde sind zurück. Ich bin mit einem Kumpel. Ich will meine Geld zurück. Das ist falsche Advertisung. Ich könnte zu. Oh, komm mal los. Für was? Being a moron? Oh, Dylan. Was ist das, Alter? Dylan, ich hab was Schönes für dich. Was nennt sich? Gibt's grads. Fünf Schüsse sind noch da. Ah, ich mach den eh schon selber fertig. No! Mann, ich wollt mich grad heilen. Dylan wollen wir auf jeden Fall fertig machen. Was ist das? Lenni? Alex told... Ich mach das mal die Sekunden. Ich mach das mal. Dylan. Oh, oh! Fuck! Ich brauch das nicht! Ich hab das. Ich hab das, was... Ich hab das nochmal gemacht. Ich hab das mit Geschäft. Es gibt ja auch mit Regie. gleich jetzt mal die ganze scheiße weg okay oh man jesus christ so first Bridezilla and Moose with all those weird internal mutations and now Dylan who ignited himself and seemed to enjoy being on fire here's the shutter switch what song alter touchdown and the crowd goes mild that's what's with the guy so we can't do that ok ok what do we need gangrene is ok back to the crab for a hero's welcome probably when we come from any big zombie we can't do that Dach rein oder so. Blöd. Ich sage Alex, dass seine Freunde tot sind. Kein Problem. Mama, Mama. Das ist ein Runner. Kann sein, dass er sich zwar so richtig gut erwischt hat. Es gibt halt echt viele Möglichkeiten hier. Stachelzombie, Alter. Da muss er halt mehr Rechen in die Presse bekommen. Weil er Metall in sich drin hat. Oh. Kommt gar kein Wasser. So. So, es ist fertig. Both of them? Ja. Was ist es? Respektvoll? Respektvoll. Oh. Well. Let's see. Um. Moose. Kind of gave his body to science. Was a little bit messy, though. Uh. And then Dylan. Well, he was kind of on fire. Right? And so basically, I... Just had to smash the shit out of him. Oh. Not to skip leg day. Every dime. Well, you know. At least you guys should be okay for a while. But you could come with me. Sterling Hotel. Beds. A doctor. Barbed wire. Death pits. Thousands of zombies. Nuh-uh. Maybe some other survivors come past and we can help them out. Huh. Yeah. Kai's pop-up store may still pay off. Heh. No. So. How do I reach the Sterling? Get into the big army base on the beach. Take a quarantine corridor to the lifeguard tower. Then follow the science to the green zone. Got it? Well. I'll see you on the other side. Bye. So, we'll see you on the next one. Bye. Bye.